So, Lovinge noch! Okay, gut. So, genau. Möglich ist so, dass der erste Parcours ruhig ein bisschen aggressiver reit ist. Und wenn er dann alles gut macht, kannst du wieder cooler bleiben. Und dann musst du aber auch, wenn der Fall braucht, Moment, dann musst du auch nicht umgasen und auch so ein bisschen ruhiger den Sprung kommen lassen.